... des von der Fraktion der CDU-CSU eingebrachten Gesetzentwurfes zum beschleunigten Ausbau von Balkonkraftwerken für die... Sehr geehrter Herr Gubicki, mir ist Ihr verschmitztes Lächeln aufgefallen und ich entnehme dem, dass Sie Balkonkraftwerke nicht richtig ernst nehmen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen mal sagen, dass wenn jeder vierte Bürger in diesem Land ein Balkonkraftwerk hätte mit etwa 400 Watt Leistung, dann sind das 20 Millionen Bürger mal 400 Watt, das entspricht ungefähr der Leistung von 6 bis 8 Gigawatt und das ist die Leistung von 4 bis 5 Atomkraftwerken. Also für die Energiewende in Bürgerhand ist das unbedingt notwendig, dass wir Balkonkraftwerke machen.